Folge Nummer 16, die aus, nee, 16, 17 glaube ich, sogar, die aus einem Vorschau resultiert und wir sind jetzt hier unterwegs. So, das müssen wir noch fertig machen hier, das ist noch gar nicht fertig, alles klar, dann machen wir das Essen mal gerade fertig. Wunderbar, ach, das können wir noch mehrfach machen. Dann müssen wir das mal alles fertig machen. Und, ja, wir haben letztes Mal eine Leiche gehabt, ne, im Keller. Achso, da kommen wir ja noch nicht direkt so hin, ne, da müssen wir ja noch den Weg freimachen. Können aber gerade mal gucken. Was brauchen wir denn da? Zehn Keile und einen Balken. Und Schrott hätten wir schon. Ist das Schrott? Nee, einfache Eisenstücke. Okay. Die Zehn Keile wären jetzt nicht das Problem, glaube. Können wir Brot packen. Nee, können wir ja gar nicht, weil wir da nichts haben, ne. Brechen wir ab. Wir müssen erst mal gucken, dass wir da unten weiterkommen mit der Aufgabe vom Esel. Wir brauchen einen Apfel, aber wir haben erst mal hier, die Kiste ist schon da, ne. Habe ich da eigentlich jetzt mal reingeguckt. Ja, habe ich Kochbuch und 50 Arten hat er durchgefertigt. Und das hier ist der rote Apfel, der bräune einen von. Gehen wir mal gerade hier hin. Oh. Wieso liegt denn das hier so rum? Herzfusch, alles klar. Die Leiche haben wir jetzt genommen. Und die können wir jetzt entsorgen, oder wie war das? Die schmeißen wir mal im Fluss, oder? Warte mal, das war an dieser Stelle, ne. Weg ist er. Wir sind, warte mal, wir müssen uns gerade mal gucken. Ist der Inquisator da? Oder Frau Anmut? Der Inquisator. Zum Hexenhügel müssen wir da, oder? Schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Aber vielleicht kommen wir da auch wieder zu spät. Das wird nämlich schon mega, glaube ich, hell. Kann das sein? Ist denn hier auf einer, oder ist die nächste frei, ne? Hier ist gar keiner. Okay, dann halt nicht. Kann ich hier noch was abbauen? Nee, nicht wirklich, die Stickies, aber... Holzstück hier noch mal mitgenommen. Und hier fehlt uns die Dingens Voraussetzung noch. Hier ist jetzt neblig. Jetzt ist der Astronom da, kann er sein. Warte mal, da haben wir da noch schon eine Aufgabe, ne? Oder das Tigerboot des alten Bärters aus dem Kirchenkeller. Äh, ja. Aber das habe ich ja noch nicht, weil ich den Schlüssel nicht aktiviert habe. Und das habe ich noch nie wieder nachgeguckt, so ein Doof. Shit, ne? Warum ist denn das jetzt hier so neblig? Das ist nicht so dolle, ne? Da kann man nichts machen. Ich bräuchte jetzt auf jeden Fall erstmal einen Apfel. Ich hätte unten lang gehen sollen, ne? Wäre einfacher gewesen. Schauen wir mal. Was es da noch so gibt. Äh. Handeln wir gerade mal. Die vier Brote können wir loswerden. Machen wir auch. Haben wir 29 Thaler. Der Händler ist nicht da. Wir brauchen einen Apfel und den finden wir am Leuchtturm, oder? Ja, den finden wir am Leuchtturm. Also nicht hier unten, sondern das war da oben. Ist aber nicht schlimm. Kommen wir ja hier lang, ne? Der Dingens ist ja nicht da, der irre. Ah, jetzt ist er gerade rausgekommen. Habt ihr gesehen, ne? Hier müssen wir lang. Da müssen irgendwo Äpfel sein, oder? In der Hoffnung, dass das hier einer ist. Ne. Da. Ja. Gut. Vier rote Äpfel. Der geht nicht, aber hier oben, der geht. Es müssen also zwei Äpfel wo unten liegen, dass man sie bekommt. Geht hier noch mehr? Ne. Ich bräuchte so ein Setzling, ne? Das wäre besser. Aber sonst geht auch nichts, ne? Da ist er, ne? Ich kann den ja mal gerade nochmal ansprechen. Vielleicht. Das Tagebuch hab ich halt nicht, ne? Was kann ich denn mit dem Handeln? Ach, Tinte krieg ich hier. Stift und Tinte. Oh, 2,50. Alter. Leeres Papier. Eine Feder. Stift und Tinte. 2,50. Buh. Warte mal. Das war der eine, dem ich das bringen musste, ne? Finde 10 Papier und eine Tinte. Okay. Hier ging jetzt nur einzeln was, oder? Stift und Tinte. Stift und Tinte. Aber ich brauch nur Tinte. Da ist Tinte. 1,50. Und leeres Papier. 2. Boah, das ist so viel Geld. Das kann ich gar nicht mehr leisten. Was hat er denn noch, der Leuchtturmwerte? Ach, der wollte immer noch die Mücken haben. Und was kann ich handeln? Weißes Fischfleisch. Gutes Fischfilet. Ja. Gut, das war jetzt nicht so ein Tor. Ja, im Garten war nix zu holen, ne? Oder auch nicht dahinter, ne? Doch, hier gibt's noch Bären. So, das haben wir. Das ist schon mal gut. Was ist denn das? Holzstückchen gab's da raus, okay. Was ist das? Auch Holzstückchen. Gibt's da auch Holzstückchen raus? Nur das Grab fertig, ne? Da kann man was pflanzen, aber ich hab wahrscheinlich nix dabei, ne? Okay, ist nicht schlimm. Gibt's auch Stückchen von? Okay. Jetzt hab ich noch eine Blume aufgesammelt, aber die wollte ich ja gar nicht. Okay, ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber wir haben's mal gemacht, ne? Den Setzling, den weiß ich auch noch nicht, wo ich den herkriege. Das ist ein Blingelstrauch. Hier unten gibt's da noch was. Da ist ein Sumpf. Okay. Was kriegte ich denn bei ihm? So, das Öl für den Esel. Und Hanf hat er so. Haben wir Hanf mit? Ne, haben wir wohl nicht mit. Die nächste Frage, ob der auch was haben will. Oh, der Esel ist da. Der Esel ist da. Ah, kurz in das Dingens gehen. Kriegte ich denn schon? Ich hab doch da einen zerpflückt gehabt, ne? So, das ist von dem und das ist meins. Da wäre ich nix los hier. Okay. Kann man da irgendwen noch hier ansprechen? Glaub nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ne. Glaube ich nicht. So, dann mal wieder zurück. Der ist sowieso nicht da. Was können wir hier machen? Eisenmeißel. Aber den können wir sogar machen. Okay. Ich weiß aber gerade nicht, wofür ich den brauche. Eisenrüstung. Holzbaken, Reparaturwerkzeug. Politurpaste. Okay. Und da was für einen Friedhof. Aber gut, Tourwerkzeuge wären vielleicht ganz interessant, wenn. Hier gibt's Werkzeuge. Und Nägel und einfaches Eisen kannst du hier machen. Hier gibt's den Balken und Holzscheite. Und dann da. Jetzt freue ich mich immer noch, wo ich die Holzkeile kann ich hier machen. Das können wir ja mal gerade in den Angriff nehmen, dass wir die Holzkeile kriegen. Okay, jetzt noch nicht mehr aufheben. Sehr schön. Okay, hier geht nix. Gut, das bedeutet, hier müssen wir noch irgendwas basteln, damit das geht. Der kann da hin. Das kann da hin. Was ist das? Exterminierungserlaubnis. Die Blume geht nicht rüber, weil kein Platz ist. Die Blume geht nicht rüber. Was haben wir hier? Keramikschüsseln. Die kriegt der eine da. Der Pastor, oder? Sonst noch was? Was haben wir hier? Bärensaft. Okay. Und das. Kriegt der Mönner ein. Ah, das ist Kiste. Super. Hat gut geklappt, ne? Okay. Lehm. Die Maden schmeißen wir da auch rein. Das Blut. Knochen. Das Fleisch. Und da rein. Und die Schädel auch. So, jetzt haben wir nur noch das mit. Sehr gut. Kann ich denen hier noch was bauen? Holzhackplatz. Haben wir schon. Werkbank für Holz. Hof vergrößern. Stein, Vorrat, Schneider. Drehscheibe. Ich glaube, eine Drehscheibe habe ich noch gar nicht. Dafür braucht man vier Balken. Und Nägel. Hier ist eine Holzblanke. Die brauche ich nicht. Das heißt, die Nägel kriege ich hier. Die habe ich schon gekriegt. Und da müsste dann die Holzblanke die Balken sein. Aber dafür habe ich noch kein Holz wahrscheinlich, oder? Nicht genug Ressourcen. Müssen wir einen Baum für fällen. Okay, da sind genug Sachen fertig. Müssen wir gerade hier einsammeln. Okay, die sind sogar hier noch. Und der Torf ist auch da. Lass mal so. Dann Jetzt müsste man mal gerade gucken. Der Torf läuft schon wieder. Den Ernteabfall schmeißen da rüber. Karottensamen. Haben wir da noch Kohlsamen. Karottensamen sind es acht. Die können wir glaube ich alle anpflanzen. Hier brauchen wir nur vier von. Und Amp würde auch funktionieren. Der Rest funktioniert nicht. Trauben gerne haben wir da noch. So, das bedeutet hier. Nee. Ach, den Torf kriegst du da nicht so hin. Ja, komm, zack. Ich glaube, das geht auch so. Fertigen. Fertigen. Nee, das war jetzt falsch. Hätte. Könnte ich das nochmal ändern? Ja. Komme ich auch noch an den Dingen dran? Nein, komme ich nicht. Komme ich aber hier dran. Genau. Fertigen. Nein, das wollte ich nicht. Komm, jetzt ist es egal. Haben wir erledigt. Das können wir noch nicht, steht da. Oh, jetzt ist ein Baum. Und da haben wir keine Energie mehr. Jetzt lassen wir uns mal gerade unten an der Kiste da vorbeischauen. So, erledigt. Erschaffe und verschicke das Kochbuch in der Schmuggelkiste. Fertig dann Tisch und Tisch. 250 Arten Ratatoren und Gemüse. Muss das Kochbuch jetzt fertig kriegen. War dann jetzt hier was drinnen. Und das können wir jetzt auf jeden Fall aufnehmen. Keine Leiche, genau. Gib ihm Wein. Bis später, ja. Das haben wir soweit. Jetzt ist der da. Das ist jetzt der... Bringe 20 Schüsseln zum Bischof. 20 Schüsseln. Okay, ich glaube, ich habe nur eine gemacht. Keine Energie mehr. Gut, dann müssen wir jetzt erst was essen. Charakter. Nutzen. 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 Und dann können wir hier was arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt... ...das so richtig gemacht hatten, ne? Jetzt muss ich nur Schüsseln machen. Wo war das denn? Nicht so gut, ne? Hier kann man nur eine Kiste bauen, die ich jetzt gerade nicht bauen möchte. Ist der denn da, der Papst? Oh, der steht da. Hostien haben wir da. Flüchtiges Gebet. Und auch ein Gold, was ich überhaupt nicht habe. Die Hostien haben wir schon mal gekauft, ne? Bürger. Brauche ich 3 Gold. Exo-Milie bzw. 1,75 plus die Erlaubnis brauche ich dann. Hm. Mir ist nichts. Kann ich hier was besser machen? Noch nicht. Was muss ich hier machen, ne? Da geht aber noch nichts. Habe ich noch keine Predigt. Arbeitstisch. Arbeitstisch. Da braucht man... ...Kehl-Filmige Gefäße für. Aber ich glaube, der Arbeitstisch ist ja auch schon da, ne? Was kann ich jetzt hier machen? Das Kochbuch wollte ich hier machen. Das kann man hier am Tisch machen, stand da, ne? Hostien haben wir. Gegenstand zum Untersuchen auswählen. Hier ist eine Kiste mit Beschleunigerpuder, Rezeptständigkeitstrank, Loot und Chaos-Lösung. Weiß nicht, wofür es gut ist. Keine Ahnung. Hm. Weiter nach links geht's nicht, ne? Nein. Das ist nicht gut. Ich habe den Balken immer noch nicht geklärt, wo ich den machen muss, ne? Hat doch eben gejingelt, ne? Ach, die Leiche liegt da hinten rechts, ja. Ah, die wird da ja runtergeworfen. Gut, dann mal rüber. So, Autopsie. Gucken wir, dass wir keinen Pfusch machen, oder? Hier hat es mal rausgekriegt. 86. Knochen können wir doch auch, oder? Haben wir auch geschafft. Loot kriegen wir doch auch raus, das haben wir auch schon Ahnung von. Äh. F. Okay, und jetzt. Fleisch. Hat auch geklappt. Schädel kriegen wir auch hin. Meine ich jedenfalls. Hat nicht geklappt. Shit, Ärztefusch. Da, drei Dinger jetzt. Ich habe keine blassen Schimmer, wofür das gut oder schlecht ist, ne? Fett hat auch geklappt. Haut. Auch Fussch. Hirn. Das liegt da alles gerade, okay. Wollen wir wieder mal nichts mitnehmen können, ne? Ja. Wir brauchen noch einen Baum. Geht der abzuhauen? Nein. Der auch nicht. Der auch nicht. Warte, der geht. Aber wir haben keine Energie. Rot essen. Okay, ich glaube vier Stück davon kannst du essen, dann geht's, ne? Ach, das waren die Pülse, die ich gerade abgegangen habe. Ah, ist egal. Ach, und das kann ich jetzt auch nicht, ne? Doch, den kann ich nehmen. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir hier noch hin. Fertigen. Okay. Da kommen wir jetzt gerade nicht weg. Wir müssen irgendwie noch was ablegen erstmal. Inventarkiste. Ah, kann man... Ne. Nehmen wir das wieder mit. Die Keile haben wir da. Schrauben. Ja, müsste eigentlich alles so funktionieren, ne? Wo konnte man das dann basteln, was ich... Ah, erstmal brauchen wir das Holz noch. Gut, haben wir. Holzplanke brauchen wir jetzt noch. Das war gar nicht das, was wir holten. Politurpaste. Hm. Ich weiß nicht, wofür der Eisenmeißel gut ist. Aber hier war eine Drehscheibe, die wir haben wollten. Das war's. Die wir jetzt auch bauen können. Da geht sie nicht hin. Da leider auch nicht. Das heißt, sie muss da hin. Dann versuchen wir mal, die Drehscheibe zu machen. Gucken, was wir damit machen können. Töpfern wahrscheinlich, oder? Keramik-Schüssel. Dafür brauchen wir Wasser. Leben haben wir schon. Aber Wasser müsste ja auch hier noch sein, oder? Hier nicht. Ist drin. Ne, das war schon so richtig. Escape. Jetzt nochmal ins Inventar. Und dann rechts klicken, was wir machen. Okay. 20 Wasser sind's, okay. Die sollten jetzt wieder da sein, die 20 Wasser, ne? Äh. 20 wollte der haben, ne? Gut. Dann müssen wir die jetzt fertigen. Okay. Keine Energie mehr. Kurz was essen. 4. Und weiter geht's. So, dann sind wir gleich schon fertig. Dann haben wir die Schüsseln fertig. Dann müssen wir nur noch warten, bis der Tag kommt, wo er das bekommen kann, ne? Ja, jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen, ne? Drehscheibe haben wir rausgefunden, wie es geht. Aufen haben wir, also ne Ambus, Ambus. Den haben wir schon da oben, sehe ich gerade. Lass uns doch mal gerade am Ambus gucken, was man da machen kann. Aha. Energieverbrauch, ein Schwert. Hanfseil brauchen wir und komplexe Eisenstücke. Axt, was wollte der haben? Ich glaube, der wollte eine Axt haben. Komm, wir machen mal eine Axt. So. Konnte man das hier sehen? Wer die Axt haben wollte, der Holzfäller, ne? Bringe eine Eisenaxt. Gut, dann würde ich sagen, die Eisenaxt machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erst mal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Aue habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.